Tja, ich begrüße euch zum nächsten Trailer, heute am 8.1.2023. Ja, ihr seht es ja da, Islamischer Hass schwillt weiter, Terroranschlag mit Vizin und Zyanid in NRW vereitelt. Macht euch da selbst nochmal schlau, bitte, ist das Hauptthema. Aber es gibt natürlich noch weitere, könnt ihr gerne anschauen bei VK, Bitchute, Odyssey und Rumble. Und dann sehen wir uns gleich wieder, vielleicht. Tschüss!